Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute, meine lieben Freunde, seht ihr die Weekend League Rewards von letztem Wochenende, mein Player Pick aus der Elite Division und Packs zum neuen Numbers Up Event. Zum jetzigen Zeitpunkt, wir haben heute Freitag, ich habe die Karten noch nicht gesehen, also Freitagmorgen 9 Uhr haben wir. Ich habe die Karten bis jetzt noch nicht gesehen, die sind ja auch noch nicht draußen. Wir haben trotzdem sehr, sehr krasse Packs. Ich glaube, 300 K-Packs sind dabei, irgendwelche 35 K-Packs und was weiß ich nicht alles. Ich schneide euch da das Best-of von zusammen. Ich würde mich sehr freuen über einen Daumen nach oben, über ein Abo, falls ihr neu seid und über einen netten Kommentar. Dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video-Abfahrt. So, wir machen alle drei auf. Ich nehme den in der Mitte, Ronaldinho links, Cristiano Ronaldo rechts. Scheiße, Ronaldinho links. Karasco! Nice! Lozano, Karasco, Legenden bei uns auf dem Kanal. Sauber, Ronaldinho, wichtig. Jetzt noch Cristiano Ronaldo. Cristiano! Kein Vinicius. Aber Korea ist okay, kann man sich nicht beschweren. Mega-Pack, Ronaldinho. Ja, ein bisschen SPC-Futter. Okay, Freunde. Es ist wieder Zeit. Cristiano Ronaldo, 100 K-Pack. Ja, und? Guck mal, Kai Walker. Scheiße. Schade. Okay, Trippel. Ronaldo hat schon oft genug gezeigt, dass er was drauf hat. Das war mal eher ein schlechtes 100 K-Pack, aber ist nicht so schlimm. Alles in allem waren die Rewards geil, weil Karasco drin war. Natürlich darf dieses Pack kein anderer als Cristiano Ronaldo aufmachen. Kein Walkout, glaube ich. Das Aussparen hat sich dann auch gelohnt. Oh mein Gott. Ey, immerhin 30 K. Ist ein Weh, ist ein Weh. Dafür, dass ich es umsonst bekommen habe. Ja. Schade. Drei, zwei, eins. Ach so, die sind so nach Schuhen aufgeteilt. Alter, Eda Militao hat eine heftige Karte. Boah, was ist das denn? Reina sieht heftig aus. Joao Felic sieht geil aus. Prime-Gemische-Spieler-Set. Ja, 83 plus. Hazard. Walkout. Luka Modric. Ich habe so eine Karte gezogen. Neuhaus. Digga, der kostet bestimmt 20 K. Junge, das sieht aus wie POTM aus der Bundesliga. Dieses an den Seiten und unten. Adidas-Numbers ab. Junge, das hat mich ja jetzt errascht. Das waren 7,5 K-Pack. Neuhaus. 11,5 K. Nehme ich mit. Bro. Untrade. Oh Gott. 83 plus. Deutschland. ZIV. Antonio Rüdiger. Okay, Freunde. Wir nähern uns den dicken Brummern. Ich muss nämlich noch Kuken essen. Das ist ein Workout. Das ist Portugal. Und das ist Bruno Fernandes. Ja, ist in Ordnung. 25 K. Sehen ist Megapack. 82 plus. Oija Sabal. Ja, also wir haben jetzt hier Oija Sabal und Timo Werner gezogen. Untrade. Super. Wir sind da. 300 K-Packs. Bro. Bro. So, Cristiano Ronaldo muss abliefern. Wir haben bis jetzt einen 84er und einen 85er aus 200 K-Packs. Cristiano Ronaldo, bitte. Bitte, bitte, bitte. In Form. Luis Alberto. Ist doch in Ordnung. Luis Alberto In Form. 20 K. Immerhin. Vielleicht noch was dahinter. Ja, Ugo Lurie. Ja, das ist Untrade. Das war es jetzt hier mit dem Video, Jungs. Vielen, vielen Dank fürs Anschauen. Wie gesagt, Daumen nach oben, Kommentar, Abo, Glocke. Ihr wisst, was zu tun ist. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ich glaube, das Video wird an einem Sonntag kommen. Und, ciao.